George Soros ist zurück in den Nachrichten. Der scheinbar unsterbliche Verräter, berühmt dafür, der Mann zu sein, der die Bank of England zerbrach. Er sagte, dass mit dem Austritt Großbritanniens der Zerfall der EU nun unvermeidlich ist. Außerdem kommt er jetzt aus dem Ruhestand und treibt Handel, um unrechtmäßig erworbene Gewinne zu ernten, aus dem Chaos, das er half zum Gären zu bringen. Das allein sollte die Leute nervös machen. Mehr dazu in ein paar Minuten. George Soros spendete global mehr als 8 Milliarden Dollar an seine Open Society Foundations, offene Gesellschaftsstiftungen. Es wäre einfach zu denken, Soros wäre eine Figur mit globaler Popularität, doch das ist er nicht. Er ist fast das genaue Gegenteil. Er brachte Revolutionen zum Gären, untergrob nationale Währungen und finanzierte Radikale auf der ganzen Welt. Soros ist Esperanto für Hochsteigen. Es war der Wunsch seines Vaters, die Grenzen Europas fallen zu sehen. Und es scheint so, dass er einen starken Einfluss auf seinen Sohn hatte. Als ein Jude sagte er, dass seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg, während er für die Nazis arbeitete, ihn erfüllten mit dem Wunsch nach offenen Gesellschaften. Ein großer Teil seines milliardenschweren Vermögens kam von Manipulationen an Währungen. Während der asiatischen Finanzkrise 1997 beschuldigte der damalige Premierminister von Malaysia, Mahathir bin Mohammed, ihn mittels seiner Handelsaktivitäten den Wert der malaysischen Währung Ringgit zu zerstören. In Thailand wurde er als ökonomischer Kriegsverbrecher bezeichnet. Am bekanntesten ist, dass Soros eine finanzielle Krise in Großbritannien auslöste durch den Verkauf von 10 Milliarden Pfund Sterling, was die Währung zum Wertverlust zwang und ihm eine Milliarde Gewinn einbrachte. Somit verdiente er sich den Titel, der Mann, der die Bank of England zerbrach. Soros gibt seine ergaunerte Beute für viele Dinge und auf viele Weisen aus. Eine eher heimtückische Aktivität von ihm ist der Versuch, öffentlichen Diskurs in Europa zu kontrollieren, mittels einer seiner vielen Organisationen, die jährlich Indizes machen. Wie World Press Freedom, Rangliste der Pressefreiheit und Corruption Perceptions, Korruptionswahrnehmungsindex, welche von Soros durch die Open Foundations finanziert werden. Fast immer, wo Soros Investitionen und seine Stiftungen kommen, folgen bald Probleme. Im Grunde ist Soros eine Ein-Mann-Illuminaten-Maschine. Seine Fingerabdrücke sind an fast allen schrittigen Fragen, ebenso an fast allen Konflikten, die eskaliert sind. Größtenteils dank seiner Einmischung. Er sagte Farid Zakaria von CNN, dass er verantwortlich ist für die Schaffung einer Stiftung in der Ukraine, die letztlich zum Sturz des gewählten Führers Viktor Yanukovych führte. Und danach die Installierung einer Junta, die von dem Außenministerium der USA Hand verlesen wurde. Dieser Staatsstreich gipfelte im Krieg im Donbass, der mit über 9000 Toten auf beiden Seiten und über 20.000 Verletzten endete. Ebenso gibt es nun 1,4 Millionen Binnenflüchtlinge und über 900.000 Auslandsflüchtlinge. Der bekannteste Vorfall dieses Konflikts war der Abschuss einer Malaysia Airlines Passagiermaschine, bei der alle an Bord starben. Ein Vorfall, für den keine Seite die Verantwortung trug und beide sich gegenseitig beschuldigten. In Russland wurden Hilfsorganisationen, die von Soros finanziert werden, verboten, weil sie die Staatssicherheit und die russische Verfassung gefährden. In den USA finanzierte und erschuf er im Grunde die Black Lives Matter, schwarze Leben sind wichtig, Protestgruppe, durch die Einspeisung von 33 Millionen Dollar an die Bewegung. Black Lives Matter wurde außerdem von vielen als Hassgruppe bezeichnet. Die Finanzierung von Black Lives Matter und die Anstiftung zur sozialen Unruhe führten dreimal zu Krawallen. Sie plagten die Stadt Ferguson, Missouri 2014 und 2015 und auch 2015 Baltimore. Alle haben zu einer auffälligen Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Rassen in den USA geführt. Das einzige Land, in dem er kein Chaos seiner Mach-Arts-Regierung bringen will, ist Israel. Da er der radikalen Feministengruppe Femen die Finanzierung entzog, als sie eine Niederlassung in diesem Land bründen wollten. Aber er hat kein Problem damit, Chaos in anderen Ländern der Welt zu stiften. Im Mai beschuldigte der Premierminister Ungarns, Viktor Orban, Herrn Soros, welcher auch in Ungarn geboren wurde, die Migrantenkrise bewusst begünstigt zu haben. Diese Invasion wird angetrieben, auf der einen Seite durch Menschenschmuggler und auf der anderen Seite durch diese Menschenrechtsaktivisten, die alles unterstützen, was den Nationalstaat schwächt. Diese westliche Denkweise und dieses Aktivisten-Netzwerk wird am besten vertreten durch George Soros. Nachdem aufgedeckt wurde, dass Soros Organisationen Anleitungen an die Migranten auf dem Balkan verteilten, die beschrieben, wie man illegal nach Europa kommt, wurde Soros von der ungarischen Regierung verurteilt. Soros veröffentlichte nun eine Erklärung an Bloomberg, in der er behauptet, dass seine Organisationen dabei helfen, die europäischen Werte zu wahren, während Herrn Orbans Vorgehen, die ungarische Grenze zu stärken und damit einen riesigen Migrantenzustrom zu stoppen, diese Werte untergraben würde. Sein Orbans Plan behandelt den Schutz der nationalen Grenzen als Ziel und die Flüchtlinge als ein Hindernis dessen, fügte Soros hinzu. Unser Plan hat den Schutz der Flüchtlinge zum Ziel und nationale Grenzen sind dabei ein Hindernis. Soros ist ein Unterstützer der EU und hat gefordert, dass Europa mindestens eine Million Flüchtlinge jedes Jahr aufnehmen soll und sie entscheiden zu lassen, wo sie leben möchten. Doch er weiß, dass Europa es sich nicht leisten kann, all das zu bezahlen. In einem weiteren Interview hat Herr Soros weiterzugegeben, dass es für die EU unmöglich ist, die Kosten mit dem momentanen Budget zu begleichen. Und darum befürwortet er die Aufnahme weiterer Schulden. Er sagte nüchtern, die EU ist teilweise deswegen am Rand des Zusammenbruchs und dass das Überleben der EU auf dem Spiel steht. Und als er gezielt nach der Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, gefragt wurde, war er sehr deutlich. Jetzt ist das katastrophale Ereignis, das viele gefürchtet hatten, wahr geworden, was den Zusammenbruch der EU unaufhaltsam macht. Es wurde auch schlüssig dargelegt, dass der Merkel-Plan für Europa in Wahrheit der Soros-Plan ist. Merkel scheint, wie so viele andere Politiker, nur eine weitere seiner Marionetten zu sein. In seinem neuesten Artikel für den New Eastern Outlook schildert der amerikanische Autor, Forscher und strategische Risikoberater F. William Engdahl, dass sich das, was der Plan genannt wird, als eine Folge unerklärlicher Handlungen herausstellte, inklusive der Verletzung der freien Rede, um dem umstrittenen derzeitigen türkischen Regime zu huldigen. Alle dieser scheinbar unerklärlichen Handlungen der einst pragmatischen deutschen Kanzlerin scheinen darauf zu gehen, dass sie ein 14-seitiges Dokument annahm, welches vorbereitet wurde von einem Netzwerk aus Pro-NATO-Denkfabriken, dreist der Merkel-Plan, genannt. Tatsächlich veröffentlichte die Europäische Stabilitätsinitiative, eine internationale Denkfabrik mit Büros in Berlin, Istanbul, Brüssel und Wien, am 4.10.2015 den Merkel-Plan. Es sei ein Vorschlag für die syrische Flüchtlingskrise, welcher auffallend ähnlich ist zu der Strategie, die die Kanzlerin seitdem in Europa verfolgt. Verdächtigerweise haben die Autoren dieses sogenannten Easy-Plans diesen so betitelt, als würde er vom Kanzleramt kommen und nicht von ihnen. Noch verdächtiger ist der Inhalt des Merkel-Plan von Easy. Zusätzlich zu den 2015 bereits aufgenommenen 1 Millionen Flüchtlinge sollte Deutschland sich darauf einigen, einer weiteren halben Million syrischer Flüchtlinge innerhalb der nächsten 12 Monate Asyl zu gewähren, die in der Türkei registriert sind. Weiterhin sollte Deutschland Ansprüche der Türkei akzeptieren und sicheren Transport bereitstellen für erfolgreiche Asylbewerber, die bereits in der Türkei registriert sind. Und schließlich sollte Deutschland der Türkei helfen, Visumfreies Reisen zu erlangen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Die Millionen-Dollar-Frage ist also, wer steckt hinter der europäischen Stabilitätsinitiative? Der amtierende Vorsitzende des ESI, der direkt für das endgültige Merkel-Plan-Dokument verantwortlich ist, ist der in Istanbul lebende österreichische Soziologe Gerald Knaus. Knaus ist außerdem ein Mitglied der European Council on Foreign Relations und ein Open Society-Mitglied. Es ist keine Überraschung, dass der European Council on Foreign Relations von Soros gefördert wird. Und es ist auch Soros, der die Open Society Foundations gründete. Folglich wird es klar, dass der Merkel-Plan eigentlich der Soros-Plan ist. Und Mutter Merkel, wie sie bei ihren Millionen neuen Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten bekannt ist, ist auch die Inspiration für die US-Präsidentschaftskandidatin der Democrats, Hillary Clinton. Und wie bei Mutter Merkel, umhüllen die Tentakel von Soros nicht nur Hillary und ihren Ehemann Bill, sondern auch die gesamte Democrats-Partei in den USA. Soros ist der Mann, den Viktor Orban hört, wenn Bill und Hillary Clinton ihren Mund aufmachen zum Thema Demokratie in Europa. Bill Clinton sagte kürzlich, dass die Anti-Migranten-Staaten Ungarn und Polen entschieden hätten, dass Demokratie zu viel Ärger bedeutet. Deswegen wollen sie Putin-artige Regierungen, um Ausländer draußen zu halten. Ungarns Orban verurteilte Bill Clinton als eine Marionette von Milliardär George Soros, weil er dessen Plan unterstützt, die EU mit Millionen feindseliger Muslime zu fluten. Jenseits der Präsidentschaftskandidatur haben die Bemerkungen über Ungarn und Polen eine politische Dimension, sagte Herr Orban und warf Clinton vor, Soros-inspirierte Kampagnen-Sprüche zu wiederholen. Dies sind keine versehentlichen Versprecher. Und die Menge dieser Bemerkungen hat sich vervielfacht, seitdem wir in der Epoche der Migrantenkrise sind. Und wir alle wissen, dass wir hinter den Führern der Democrats-Partei George Soros sehen müssen. Thomas Poreba, ein früherer Berater der Komitees für auswärtige Angelegenheiten und regionale Entwicklung im Europäischen Parlament. Er sagte, dass Clintons politischer Fauxpas über die polnische Demokratie nur die Folge der Befehle von Soros seien, und das ist sicher nicht weit hergeholt. Soros ist der größte Spender für Hillarys Präsidentschaftskandidatur. Außerdem hat Wikileaks E-Mails veröffentlicht, die zeigen, dass Hillary eine offene Tür für Soros hatte. Und sie zeigen eindeutig, dass er einen großen Einfluss auf Clinton hatte, als sie Staatssekretärin unter der Obama-Regierung war. Soros möchte die amerikanische Eigenständigkeit beschneiden. Soros möchte nichts mehr, als dass Amerika internationalen Institutionen unterwürfig wird. Er möchte mehr Macht für Gruppen wie die Weltbank und den internationalen Währungsfonds. Während er sogar sagt, die Rolle der USA im IWF sollte verkleinert werden. Er möchte die Zerstörung der Nationalstaaten in Europa und die Erhöhung der EU, während er gleichzeitig Nationalstaaten für seinen eigenen Vorteil destabilisiert. Er ist widersprüchlich. Während er dabei hilft, den Kontinent mit Millionen unassimilierbarer Migranten zu fluten, die sich der Kontinent kaum leisten kann. Hat er nicht nur gesagt, dass die EU die Krise vielleicht nicht überlebt, die er mit erschaffen hat. Doch selbst wenn sie es schafft, zusammenzuhalten, wird ihre Zukunft trostlos sein. Er sagte, dass er Russland als eine globale Macht entstehen sieht, wenn die EU zerfallen wird. In sehr ähnlicher Weise, als die EU aufblühte, während die Sowjetunion zerfiel. Und dies bringt uns zurück zu der Neuigkeit, dass George Soros, der verurteilte Insiderhändler, der die Bank of England zerbrach, wieder persönlich in den letzten Monaten begann zu handeln. The Wall Street Journal berichtet, dass Soros gegen Amerika wettet. Er greift dabei Verlustoptionsscheine, die als Wette gegen US-Aktien dienen. Einfach gesagt, er schließt Amerika kurz. Herr Soros sieht bald eine große Rezessionsblase im kommunistischen China platzen, und er unternimmt alles, damit sie auch platzt. Bis zu dem Punkt, an dem die chinesischen Staatsmedien ihm am 7.6. vorwarfen, dass er einen Krieg gegen ihre Währung führen würde. Er versucht, Panik für seinen Gewinn zu erzeugen. Er wettet mittels des amerikanischen Chaos, das er mitfinanziert, mittels der chinesischen Blase, die er nun platzen lässt, und mittels des EU-Kollapses, den er mittels der Migrantenlast mit herbeiführte. Und es wird die US-Wirtschaft sein, die den Preis dabei bezahlt. Für den Kontext, das letzte Mal, als Herr Soros direkt an dem Handel seiner Firma beteiligt war, war 2007. Damals machte er sich Gedanken wegen des Wohnungsmarktes und wettete zwei Jahre auf fallende Kurse, was ihm über eine Milliarde Gewinn einbrachte. Hier haben wir also einen Mann, der Staaten destabilisiert hat, ethnische Bürgerkriege anfachte, US-Organisationen unterstützte, die politische Rassenhetze füttern und zu Krawallen führten. Er hat außerdem geholfen, eine Migrantenkrise zu finanzieren, die die EU auflösen könnte. Und er wettet, dass all diese Krisen zusammen der USA effektiv schaden werden. Und obendrauf will er die USA bankrott gehen sehen und versucht, auch noch Geld zu machen, mit dem Chaos, das er half, zu schüren. Und das ist der Mentor und Zahlmeister der US-Democrats-Partei und von Hillary Clinton, ihrer Fahnenträgerin. Einer Frau, die Kanzlerin Merkel nacheifern möchte als Präsidentin der USA. Eine Kanzlerin, welche den Soros-Plan für Europa benutzt und wahrscheinlich untergehen wird, als eine der unfähigsten und am meisten gehassten öffentlichen Figuren der Geschichte Europas. Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken. Viele der jüngsten Brennpunkte der Welt wurden entweder erschaffen oder angeheizt durch Soros, mittels seiner Stiftungen und seiner Handlanger wie Merkel. Die Tatsache, dass er als ein solch enger Vertrauter von Hillary Clinton gezählt wird, sollte es jedem amerikanischen Wähler kalt den Rücken runterlaufen lassen. Falls es jemals einen Star-Wars-artigen Palpatine-Bösewicht gab, der in dem Schatten der globalen Politik lauert, dann ist es George Soros. Untertitelung des ZDF für funk, 2017